Die Wahrheit über fermentierte Lebensmittel. Im Folgenden erfahrt ihr interessante Neuigkeiten zum Thema fermentierte Lebensmittel, wozu sich Anthony William in seinem Facebook-Beitrag am 18.05. detailliert geäußert hat. Heutzutage bekommt man den Eindruck vermittelt, dass jedes fermentierte Lebensmittel gesund für uns ist. Fermentation ist eine Überlebenstechnik, die in früheren Zeiten entwickelt wurde, um Nahrung zu konservieren. Ohne Kühlschränke und Gefriertruhen zur Lebensmittelaufbewahrung und ohne Supermärkte in der Nähe war das Fermentieren von Lebensmitteln für viele Menschen damals überlebenswichtig. Die Wahrheit ist, dass diese Lebensmittel mit Überleben zu tun haben und nicht mit Heilen. Das wird anhand des Beispiels Joghurt deutlich. Joghurt wird als heilsam angesehen, aufgrund der enthaltenen Mikroorganismen, die angeblich nützlich für den Körper sind. Letztendlich ist dies nur eine Theorie, welche nie belegt werden konnte. Die Wahrheit ist, dass Joghurt, wie alle anderen Milchprodukte auch, Viren und unproduktive Bakterien füttert, was wiederum der Ursprung von vielen chronischen Krankheiten ist. Selbst wenn der Joghurt roh ist und nicht pasteurisiert wurde, gelten diese schädlichen Eigenschaften der Milchprodukte. Auch wenn du aktuell unter keinen Symptomen leidest, kann Joghurt schlafende Riesen wie das Epstein-Barr-Virus füttern, das sich mit der Zeit bemerkbar machen kann und folglich für die ersten Symptome sorgt. Auch Joghurt ohne Milch, wie zum Beispiel Kokosnussjoghurt oder Hafermilchjoghurt sind nicht heilsam. Fermentiertes Fleisch Unter allen Umständen sollte jedoch fermentiertes Fleisch oder fermentierte Tierfleischprodukte vermieden werden. Die Mikroorganismen auf tierischem Fleisch gedeihen durch den Verwesungsprozess, wenn ein Tier stirbt. Sie sind letztendlich Mikroorganismen des Todes und keinesfalls gesunde Mikroorganismen für einen gesunden Darm. Wenn man nicht auf fermentierte Lebensmittel verzichten kann, sollte man fermentiertes Gemüse und Kräuter wie Kimchi und Sauerkraut bevorzugen. Da es sich dort nicht um die gleichen Mikroorganismen handelt wie beim verrotteten Fleisch. Sie sind gesünder und leichter für unseren Körper zu handhaben. Allerdings ist es aber noch nicht die richtige Art von Mikroorganismen, die wir zur Heilung brauchen. Eine bessere Wahl als fermentierte Nahrungsmittel In jedem von uns befinden sich Millionen von nützlichen Mikroorganismen. Keines davon stammt dabei von einem fermentierten Nahrungsmittel. Zwar enthalten diese Lebensmittel auch Nährstoffe, aus denen wir einen Nutzen ziehen können, jedoch reicht dieser Nutzen nicht aus, um zu rechtfertigen, dass jede Mahlzeit mit fermentiertem Gemüse gefüllt wird. Wir sollten die wenigen Mahlzeiten, die wir in unserem Leben verzehren, lieber mit rohem Basilikum, Spinat oder Feldsalat füllen, als mit fermentiertem Gemüse. Unsere nützlichen Mikroorganismen gedeihen nämlich durch den Konsum von Blatschgrün, Kräuter wie Basilikum und Selleriesaft oder frischem rohem Gemüse. Das eigentliche Ziel sollte sein, die gesunden Mikroorganismen in unserem Darm mit genau diesen Lebensmitteln zu füttern und nicht zu versuchen, mit fermentierten Lebensmitteln diese zu ersetzen. Das ist der Grund, warum Millionen von Menschen durch Sellerie heilen und der Konsum von Kombucha einem keine Vorteile beschert. Warum fühlen sich Personen scheinbar besser durch fermentierte Nahrungsmittel? Menschen neigen dazu, mehrere Entscheidungen auf einmal für die eigene Gesundheit zu treffen. Sie entscheiden sich, weniger Milchprodukte zu konsumieren, Gluten und fettige Fastfoodprodukte zu meiden und mehr fermentierte Lebensmittel zu essen. Das ist der Grund, warum Leute scheinbar davon profitieren, wenn nun fermentierte Lebensmittel auf dem Speiseplan stehen. Sie essen gleichzeitig weniger No-Foods und erfahren dadurch Besserungen. Teil des Ratespiels. Fermentierte Lebensmittel werden mit der Annahme konsumiert, dass sie unser Mikrobiom unterstützen würden. Doch diese Annahme ist einer der größten Fehler der alternativen Medizin in dieser Zeit. Insgesamt ist die Welt der chronischen Krankheiten wie ein sumpfiger Teich von Fehlinformationen. Immer wenn man versucht, den Sumpf zu entkommen und beginnt, die Wahrheit und die wirklichen Antworten zu finden, wie beispielsweise die Tatsache, dass Pathogene hinter unseren Krankheiten stecken, springt ein Ghul aus dem Teich, packt dich am Knöchel und versucht, dich wieder hineinzuziehen. Er wird dir sagen, dass der wahre Grund hinter deiner Krankheit das Konsumieren von Lektinen ist, dass dir Kollagen fehlt, dass du dir die Krankheit mit negativen Gedanken selbst geschaffen hast, dass dein Körper sich selbst angreift, Autoimmunkrankheit, oder eben, dass du dein Mikrobiom mit fermentierten Lebensmitteln unterstützen musst. Wenn du nicht richtig krank bist, spielst du womöglich mit dem einen oder anderen dieser Trends. Doch wenn es dir schlechter und schlechter geht, sehnst du dich nach der Wahrheit. Die Medical Medium Informationen werden dir dabei helfen, nicht wieder in den Sumpf der Fehlinformationen gezogen zu werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das hier geht um Abvilanzon ضwärm.